und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge dark souls 3 diesmal habe ich mir gedacht gehe ich mal wieder in den turm aber diesmal nicht nach oben sondern nach unten und schau mir mal was war das ach so der bush ok und schau mir mal wie ich mich mit dem ja dem dem mini wort mache mit peter forst wie ich ihn nenne allerdings habe ich mir diesmal überlegt da er ja forst schaden macht so schlau zu sein und vielleicht die rüstung an die gut gegen kelt schützt das ist in dem falle die nordland rüstung wohl eher kälte 26 und dann mal schauen wie ich ausgehen werde dritter rüstung kälte 38 49 64 3 und das arbeiter gewandt gibt mir 43 kälte resistenz ich bin mir sicher die rüstung ist oder ist das nur metall und ich habe da drunter keine kleidung ok ja dort land rüstung 64 kälte schutz dann 24 kälte schutz 17 kälte schutz 14 11 19 und dann die hose 42 29 32 32 18 28 ah ja ja und ich nehme vielleicht hier die abgrundige streitachse wieso weil die noch dunkel schaden macht und insgesamt noch schaden als dachte ich mir kommt etwas mal abwechslung hey und den schild ich nehme mal na obwohl warte mal wie viel habe ich gerade ein und ich könnte den schild parallel noch mit ausdrusten jawohl ah das wird ein lustige kombi und jetzt mal gucken wie ich aussehe ein gesicht ist sogar sichtbar schöne stiefel gefällt mir ja ich würde sagen ist eine gute abwechslung mit der axt und dem ring das ist eigentlich viel das schwere angriff ok 7000 sollte ich das hochlevel ja sollte ich vielleicht mal machen die 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 das hochlevel die 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 Ja ich glaube hier schaue ich dann später vorbei, hier, guten tag m'lady, klingelingeling, ja, 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 sie steht sogar auf, ach das ist ja freundlich, gut, dann drüte ich ein bisschen, ja, 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 gut, dann 4.000 kostet die nächste, auch, ich wollte ja, was wollte ich, was sagt mir die Liste, 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 komm herbei, bring mir deine Weisheit bei, ich sollte Ware bewerben, so, ja, 18 Stärke, 19 Geschicklichkeit habe ich, Intelligenz 10, für den Anfang, 25 Glaube, ja, Glaube kommt später, Oh, Leben, Vitalität auf jeden Fall Vielleicht nehme ich die Stärke auch erstmal auf, 16 Und das war's auch schon, okay, okay, dann, doch vielleicht Vitalität, damit ich mehr, ein bisschen mehr Trefferpunkte habe, Qual der Wahl Äh, oder doch? Ich kriege immer einen halben Herzinfarkt, wenn, wenn er das macht, das Schwert hat, was für ein Scaling, die, die, das hat gar kein Scaling Willkommen zu Hause und sprechen dann, sehr gut, dann halt Hignau, Milady, so Ach komm, Meine Vitalität Ja Hurra ich gehe schon kaufen habe ich hier vor holzbolzen und holzpfeile zu kaufen ich verstehe nicht was lb und rb sein soll keine ahnung wie viel kann ich überhaupt kaufen 600 kann ich verstehen nein ich nehme mal 90 ja gut dankeschön hier genauso guten morgen es sind mehr als 100 so danke für diesen handel damit weiter wieder zurück dann schauen wir uns mal an wie das mit dem mit diesem aus großachs kleiner schild und nordmanns rüstung doch nur schlau oder wo ist die kleine ratte da hallo ja du springst ganz gut ja hallo hallo ja ein kleiner kratzer mal wieder aber der lässt dich verkraften so fahrheiten kratzer also waow ja oh man iiii, der Schwanz ah nee, das ist das Bein, oder? keine Ahnung ja, Moment ja, warte mal, ich kratz dich mal nur ja, mit dem Fuß ja, 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 kratz noch mehr ja, Moment, ja ja, Moment, ja du machst ja fein ja, ne, äh 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 hey, es hat aufgehört und und ja äh, schlaf ruhig, ne ok man sieht nicht den Bolzen aus dem Pfeil fliegen ja jetzt ist da keine Frau hä? ach, jetzt ist sie da unten hm hm ah, die Schulter juckt Hilfe, Hilfe ah so so den kleinen mach ich aber trotzdem mal so yeah zwei Schläge und er ist weg so dann YOLO so du bist mir ein toller Streitkolben-Typ ok so 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 zähl Minuten ungefähr ich würde sagen wir probieren wir probieren mal dieses Outfit und den kleinen Schild probieren das nochmal so hier genau vielleicht sollte ich mal reinschauen was der Typ dort liegen hat ne Glut gut ne Glut die ist gut ne Glut die ist gut äh äh bitte du komm her du komm her wir kämpfe ich lieber da hab ich mehr Platz und ne Treppe von der ich auf dich drauf springen kann hehehe so nur du komm her den mach ich im Popo Stecher waah stimmt ja stimmt ja nein das hat nicht geklappt wow ja mei ich bin viel zu aggressiv mal komm runter hä Junge Junge komm runter ich hab sonst nicht so pariert zu parieren wow ja das mit x das war wohl nix ja wow ähm ja ja also ähm ähm ich bin gleich wieder da ähm ich bin gleich wieder da ja 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 ne ne ja und da bin ich wieder das hat gerade nicht so gut geklappt ja aber ich glaube tatsächlich hat nicht das sondern hat die kälte rüstung kälteresistenz der rüstung tatsächlich geholfen wenn ich mich nicht irre oder oder so dann jetzt suchen mehr zu parieren wenn ich wieder versage tut mir leid ja dann kann ich ja nicht so gut gut der tag komm her hallo hallo guter tag guck nicht so neugierisch und komm her toll gut das hat irgendwie nicht funktioniert ich bin gleich noch mal da ja 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 da bin ich wieder wieder ja parieren klappt nicht so gut ich muss mich halt noch wirklich an den typen da gewöhnen da bin ich wieder wieder ja ich bin auch nicht bereit aha nein auch einmal hat funktioniert allerdings hat er nicht diesen kritischen treffer gemacht man aber einmal hat es geklappt ich glaube den werden wir eher in der nächsten folge glaube ich bekämpfen und bis dahin danke zuschauen und mal schauen vielleicht werde ich den kleinen parier schild bei dem vielleicht eher nicht benutzt tschüss